Ja, nun willkommen zurück bei Age of Mythology Retold. Auf dem Olymp, äh, Olymp. Kastor kehrt nach Griechenland zurück, um zu beenden, was er angefangen hat. Zur rechten Zeit, Kastor. Die Soldaten, die den Ägyptern eine Lektion erteilen sollten, sind wieder da. Und die Griechen in Sikios? Euer Plan hat funktioniert. Die Truppen der Wikinger und Ägypter haben die Stadt vor zwei Tagen verlassen. Sie müssen von euren Angriffen auf ihre Heimat erfahren haben. Gut. Die Stadt sollte nun kein Problem mehr sein. Noch eines, Kastor. Unsere Späher haben eine weitere Pforte des Uranus in der Nähe ausgemacht. Sie könnte uns hinter die griechische Front führen. Vielleicht wollt ihr den Angriff durch die Pforte anführen? So sei es. Machen wir uns bereit. Wo sind wir? Selbst Krios ist nicht unfehlbar. Diese Pforte hat uns auf den Olymp gebracht. Hauptmann, wir können nicht denselben Weg zurückgehen. Ich kann nicht glauben, dass wir auf dem Olymp sind. Wie konnte Krios sich so irren? Wir müssen uns bis zum Gipfel des Olymp durchkämpfen. Wir haben keine Wahl. Es heißt, auf dem Olymp gelten andere Regeln. Die Gestalt eines Menschen kann sich hier laufend ändern. Oh, die sind ja nicht gedingst. Diese Tempel verwandeln unsere Soldaten in unterschiedliche mythische Wesen. Jetzt kommt noch ein weiteres Verstärkung. Es ist eine weitere Verstärkung gekommen. Burek. 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 So, dann zerstören wir mal die Schreine, du Olymp. Außer Kastor, der ist ja Kastor geblieben. Burek. Aber wir haben zum Glück Healer und wir haben die Zyklopen, die Leute hochnehmen können. Burek. 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 es ist weitere verstärkung eingetroffen wenn wir die schreine zerstören auf die wir stoßen werden die könnte uns belohnen werft sie hier weg uns wurde der göttliche zauber des fluchs gewährt es ist los doch mach es lost osto mach juzi mach osto das könnte auch einfach erkannt das jetzt mal auftauchen so wir lassen uns wurden zwei göttliche blitze geschenkt schön so wir müssen durchs tor Mach! Empower of Frost! Bevor wir Griechenland verließen, gab ich Befehl, uns Verstärkung zu schicken. Wir müssen die Olympische Pforte halten, damit sie uns erreichen. Für die Hindernisse, die vor uns liegen, brauche ich die Stärken unterschiedlicher mythischer Wesen. Ich bin ja schon hier alles am killen. Wo kommt der denn her? Okay. Yuji! Alter, die haben überlebt. Das Wegwerfen. Ich finde das so cool, wenn die die so hochgeben und wegwerfen. Ist hier nochmal ein Tempel oder so? Ja, Tatsache. Oh, hier Hydra-Tempel. Yuji! Mach! Mach! Eschlost! Ostok! Die versuchen wir uns direkt zu gönnen. Ich bin ja schon wieder. Ich bin ja schon beim Garnieren. Ich bin ja schon den Zuhörer. Aber ich bin ja schon in der Jenny sich gegenüber. Ich bin ja schon in dem Garnieren. Ich bin ja schon in der Nähe von Reteil. Was ist das? Let's feel right? Ich bin ja schon! Wenn wir die Ausbildungsstätten der griechischen Soldaten vernichten, können wir sie aufhalten. Nochmal Hydra. Es ist weitere Verstärkung eingetroffen. Bauen wir noch mal ein paar Hydra bald. Die werde ich jetzt aber, wenn die dann hier drin sind, werde ich die hier hinschicken. Schkopos, jetzt ist es mal. Burek, jetzt ist es los. Jetzt ist es los. Jetzt ist es los. Mack, jetzt ist es los. Jetzt ist es los. Hier geht's zum Olymp. Tschööö. Tschüss. Der hat überlebt. Dann noch ein Wurf. Ich mach noch mal die hier, falls da gleich eine große Gruppe kommt. Es ist weitere Verstärkung eingetroffen. Und die werden noch mal Hydra. Burek, Mach. Burek, das ist dir. Mach. Es ist lost. You see? Burek. Uns wurde der göttliche Zauber Blitz gewährt. Uns wurde der göttliche Zauber des Fluchs gewährt. You see, you see. Burek. Ein Geschenk der Götter. You see. Osto. Was war denn jetzt das dritte? You see. Mach. Außer ein Geschenk der Götter. Es lost. Verstärkung. Mach. You see. Ich mach noch mal ein paar Hydra. Nur in gewaltiger Überzahl haben mythische Einheiten gegen diese Helden eine Chance. You see? Das ist auch Chiron. Ich gobbels. Burek. Oh nein, jetzt haben sich die alle verändert. Ein Geschenk der Götter. Es lost. Was haben wir denn hier bekommen? Verräter. Osto. oh nein jetzt haben wir alles nur noch die ich nun mal acht davon weg Dann rein jetzt. Dann rein. Vullo man Vullo man Es lost Es lost Hurek Ost So Wir können auch hier nach Hier rüber gehen Wir können auch hier lang gehen Aber hier geht es glaube ich nur zurück Es lost Diese Schatten bedeuten für mythische Einheiten Den sofortigen Tod Allerdings nur für mythische Einheiten Mark Bewacht wird der Gipfel des heiligen Bergs Von den Helden des Oliens Geboren um mythische Einheiten zu bekämpfen Die Schatten Dann wäre es ja am besten da nicht mit mythischen Einheiten rein zu gehen Es lost Yuji Uns wurde der göttliche Zauber der Ahnenarmee gewährt Was ist wenn ich Schweine rein tue? Es ist weitere Verstärkung gekommen Eppur of Frost Wow Nice Es ist Es ist Es ist Es ist Es ist Einfach mal ein Transportschiff bekommen Einfach mal ein Transportschiff bekommen Ich geh' Ich geh' Ich geh' Jashi Ostop Es lost Jashi Na Ostop Ich denke wir können mal angreifen Eine gut aufgestellte Truppe Jetzt werden sie sich hier noch ein paar verwandeln Weil die zu nah sind Oder Vielleicht auch nicht. Aber dass man auch die Schafe verwandeln konnte, das ist schon nice. Was ist das? Wir haben uns zwei göttliche Blitze geschenkt. Schgobos. Eschlost. Burek. Burek. Esslöt. Es ist... Es ist... U-Z. Es ist... Schgobos. Burek. er hat festgepackt wulumen er hat festgepackt er hat Wo? Einen übersehen, oder? Ah ne, jetzt haben wir uns. Yoshi. Mark. Es ist vollbracht. Ein Sterblicher hat den Gipfel des Olymps betreten. Was geht hier vor? Hier stimmt etwas nicht. Eine olympische Pforte. Schnell, durch sie können wir fliehen. Einfach mal den Olymps zerstört. Hey, ich war am Trinken. Ich dachte, da kommt ein Video. Rein, nächste. Verräter bei Sikios. Während Griechenland zerstört wird, müssen Amandra und Ajax Kastor vor verärgerten Atlantern retten. Ruhe dort hinten. Amandra? Was tut ihr hier? Wir sind auf der Suche nach Kastor. Wir auch. Wenn ich ihn finde, werde ich ihm den Kopf abreißen. Nein, er ist nicht unser Feind. Er wurde hereingelegt. Wir müssen ihn finden. Was war das? Was war das? Ein Titan! Was ist passiert? Was ist das? Ein Titan. Noch können nur die Niederen aus dem Tartaros entkommen. Aber sie werden die anderen bald befreien. Nein, das ist unmöglich. Die Macht der Olympia war das Einzige, was die Titanen in Schach halten konnte. Nun, zum Glück habt ihr ihre Tempel zerstört und ihre Anhänger getötet. Jetzt können die Olympia sie nicht mehr halten. Warum habt ihr das getan? Oh, nicht ich war es, sondern ihr, Kastor. Dort ist ihr! Kastor hat alle verraten. Tötet ihn! Seht, Kastor! Aber das sind doch Atlanter, die ihn angreifen. Wir müssen unsere Stellung halten und hoffen, dass Kastor dies auch gelingt. Ich glaube nicht, dass dieses Ding zuschaut, wie wir ein Lager errichten. Enito. Naja, wir können es jetzt versuchen, wa? Baut hinter den Felsen, Klippen. Dort können wir uns leichter verteidigen. Da jo. Okay, hier ist Kastor. Ich muss 14 Dings überleben. Gut, mit dem kann ich mich nicht anregen. Ist auf jeden Fall noch eine Base. TANU-I-I-U-I-N-I-O TANU-I- crisis Test. TANU-I-I-I-I-I-I Hier ist eine Reliquie. Perfekt. Ach du hältst sie, der Priester hat sie. Komm Tempel, komm mal schneller. KID. 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 Prostagma? Prostagma? branche greek. Anato hood UiR , greek. Olf inegerretajju. Ajax. Das sieht nicht gut aus hier. Das sieht gut aus. einen schönen sohn des osieris ich muss ja auch nicht zu ihm kommen oder eine gering ja ja grig kind 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 kint bia gering bis tief das wait Eure U.I.R. Genito kind 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 okay ich brauche Gebäude. Ich muss hier mal eine Mauer ziehen. Kind. 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 Kind, der zerstört die ganze Stadt. Ja, das tut der. Ich glaube, der hat sogar schon die ganze Stadt zerstört. Ich glaube, der ist eine Schmerz. Geh den. Ein Eto, ein Eto. Ich bin ein Eto. Ich bin ein Eto. Ein Eto, ein Eto. Ich bin ein Eto. Und noch eine Belagerungswerkstatt. Warum holen die von hier weit hinten? Ne, ich versteh es nicht. Das war so nicht abgesprochen. Ich muss das Auspringen, perfekt. Der Nito! Gericht! Gericht! Geht! Das sind einfach zu viele! U.I.S. Dein Rief! Geht! Gericht! Daio! Ju- Daio! Daio Repairs! Nur weil die da hingelaufen sind, das gibt's ja nicht! E-U! Daio! Vad? 1 Held ist gefeiert! Reicht! Da?? 2 Held ist gefeiert! E-U! Daio Repairs! A-U! Ein Held ist gefallen. End you. Und. Geh, geh. Ein Held ist gefallen. Ein Held ist gefallen. Wir müssen die gerade zurückschlagen. End queres. End este. End este. In which? Geh. End or crush you. Entschuldigung. 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 Nein Installation. Entschuldigung. Kind. 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 Etymus, Estor. Rape, Geary. Der Titan greift an, haltet ihn auf! Kind. Scheiße, der greift ja nicht an. Volum. Ich werde den einfach zerstören. Ein Held ist gefallen. Ein Held ist gefallen. Ein Held ist gefallen. Ein Held ist gefallen. In Weiß! Ein Held ist gefallen. Oh, 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 oh. Komm schon, eine Minute muss ich noch überleben. Komm schon, noch 40 Sekunden. Komm schon, noch 40 Sekunden. Ich muss sie ablenken. Wir müssen zu Kastor. Wir können ihn mit Hilfe von Raxi herausbringen. Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Keine Ahnung, das ist keine Block Spawn. Entspannung. 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 komm schon den einen rock brauchen wir noch er kann sich nicht länger halten ja das kann ich auch nicht weil die titan haben nämlich mich angegriffen nicht im Ich glaube, ich habe jetzt verloren. Weil ich einen Rock verloren habe. Ich habe einen Rock verloren. Ich habe verloren. Weil mein letzter Rock abgeschossen wurde. Oh, muss ich jetzt die ganze Mission neu machen, oder was? Ja, scheiße. Alter, wann macht denn der Autosaves? Gar nicht, oder was? Der hat keinen einzigen Autosave gemacht. Ja, scheiße, darf ich neu machen. Ich darf die ganze Mission neu machen. Weil der Rock gestorben ist. Ja, ist mir egal, was sie jetzt hier labern. Ich kann das nicht skippen. Oh Gott, das ist furchtbar. Amandra, was tut ihr hier? Wir sind auf der Suche nach Kastor. Wir auch. Wenn ich ihn finde, werde ich ihm den Kopf abreißen. Nein, er ist nicht unser Feind. Ach so. Leertaste gerückt halten. Stand aber da irgendwo. Ja, halt die Klappen. Ja, halt die Klappen. Wir müssen unsere Stellung halten und hoffen, dass Kastor dies auch gelingt. Toll. Ich glaube nicht, dass dieses Ding zuschaut, wie wir ein Lager errichten. Ich glaube nicht, dass das Ding zuschaut, wie wir ein Lager errichten. Kind. 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 Dann machen wir den ganzen Bums nochmal, wa? Minito. Kind. Eni. Ainu. Krieg. Ainu. nes Kind. Krieg. Krieg. Grieg. Diesmal dürfen wir die hier nicht pullen. Das wäre ein Riesenfehler. Tajo. Man. colon. Krieg. Krieg. Mal esto, esto Etim esto, esto Ma esto Ne, mal es Volumen Es Andayo Y 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 Die Rocks hinüber zu Kastor. Er kann sich nicht länger halten. So, diesmal nicht abschießen lassen. Ja, das hätten wir viel früher gewinnen können, wenn ich einfach nur aufgepasst hätte beim letzten Mal. Schau, es haben doch zwei. Die zwei hätten auch gereist. Was habe ich getan? Es gibt also einen Titanen in Ägypten? Ja, und einer in den Nordlanden. Ihr habt dort Verbündete. Wir gehen zuerst nach Ägypten. Ein kurzes Tutorial für die Ägypter? Das kennen wir doch schon. Aber wir gucken uns das nochmal an. Wir müssen den Text lesen, nicht auf die Stimme hören. Aber ich würde lieber die Atlanta spielen. Wenn sie die Ägypter spielen, sollten zwei Dinge bedacht werden. Erstens. Der Pharao ist eine der wichtigsten Einheiten. Er kann beauftragt werden, seinen Zauber auf Gebäude in ihrer Stadt zu legen. Solange der Pharao ein fertig errichtetes Gebäude verzaubert, wird dort das Ausbilden von Einheiten, die Entwicklung von Verbesserungen und das Sammeln von Rohstoffen schneller durchgeführt. Der Pharao kann seinen Zauber auch auf die Grundmahl anwenden. Dies beschleunigt den Bau eines Gebäudes. Im Kampf ist der Pharao sehr wirksam gegen mythische Einheiten. Da sie nur über einen Pharao verfügen, ist es sehr wichtig, wo und wann sie ihn einsetzen. Die Ägypter erwerben Gunst, indem sie Monumente errichten. Es können fünf verschiedene Monumente errichtet werden. Sie können von jedem Typ nur eines errichten. Mit jedem neu errichteten Monument steigt ihre Gunst schneller an. Ich habe schon wieder nicht gelesen. Scheiße. Zerberus, die Helden kehren nach Gipton zurück, um die Schäden zu beheben, die dort aufgetauchten Titanen verursacht haben. Hä, muss ich nicht nächstes Szenario oder so? Ach nee, weil ich das Video angeklickt habe, wa? Ja. 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 Ja, ja. Glück gehabt. Kastor, hier gibt es kein Gold. Wir müssen die verstreuten Kamelkarawan finden und sie zum Dorfzentrum unseres Verbündeten schicken. So können wir eine Handelsroute aufbauen. Tiere bekehren? Nein, heilen. Meteor, mit Phönix, Tornado und Rächer. Äh, Rächer. Hm. Wir sind beide gut. Gehen wir auf den Meteor. Ein verirrtes Kamel wurde gefunden. Schickt es zum Dorfzentrum unseres Verbündeten. Dämonen. Grrr. Grrr. Enwitch. Griek. Aurefa. Anwitch. U-i-r. Griek. Aurefa. Tayo. Anwitch. Aurefa. Emito. Ich muss erst mal klarkommen. Hier ist noch ein Kamel. Seht, noch eine Kamel-Karawane. Schickt sie zum Dorfzentrum unseres Verbündeten. Panwitch UIR. 71, das ist auch nicht schlecht. So, erst mal die Nummer 9. Die Horden aus der Unterwelt lassen nicht nach. Gretaio UIR. UIR. Panwitch UIR. Toll. UIR. 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 In-Witch. Kid. 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 Genito. UIR. 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 Der Sohn des Osiris ist ein mächtiger Krieger, aber seine wichtigste Aufgabe ist es, den Wächter aufzuladen. Seht, noch eine Kamel-Karawane. Schickt sie zum Dorfzentrum unseres Verbündeten. Digger, ich hab Shift gedrückt. Ajax, hol du die hier. Entschuldigung. 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 I-U-I-R. Ne-Esto. 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 Grit. Ämito. Dio. Etim-Esto, mal-Esto. Vielleicht sollten wir unsere Welle verstärken. Die Atlanter des Kronos greifen unsere Stadt an. Drängt sie zurück! Nur der Wächter kann diesen Titanen aufhalten. Könnt ihr den mal beschützen? Verdammte Scheiße! Was soll denn das? E-e-e-o! U-e-e-o! A-n-wit-e-o! A-n-wit-e-o! Aurefer Antiurefer Kid Bringt mein Holz Genito Ui-Aurefer And you? In app, through EU app, Ui-Aure Eurefer Aurefer Eurefer Ich brauche viel zu viel Gold Green, Ag, Ui-Aurefer EU-Refer EU-Aurefer EU-Aurefer Eurefer In which? Oh, nicht genug Gold. Was ist das? Gewey. Get up. Die ist schnell. Habe ich Einheiten, die kein Gold kosten? Habe ich ein Saturnanni? Habe ich ein Uran von VERS! Daio! Ene... Into U! Etimo... Esto... Ma... Esto... Malista... 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 Volumen... Es malista... Enege Refer! Daio! Gris... Ayo Refer! Daio... Ayo Refer! Ene... To... U-I-R! Daio... Daio Refer! 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 Banlitz! E-I-R! Enege Refer! Enege Refer! Ineo Ineo! Refer! Banlitz! Daio! Ich muss noch mehr Kamele finden. Hier reicht ein... Kind. 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 Ah, gritt. Seht, noch eine Kamelkarawane. Schickt sie zum Dorfzentrum unseres Verbündeten. Das waren aber immer noch nicht alle. Malista, wul malista, malista, wul malista, wul malista, Wul esto. Kinds? 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 Panwiches? Ne! Seht, ein fremdliches Orakel stiehlt eine Reliquie nahe unserer Stadt! Haltet es auf! Wir haben noch so ein blödes Kamel gefunden! Grieg! Ui Daio! Ayo Refer! Ui Air! Daio, Ayo Refer! Alter, wieviel Leben der hat! Ui Air! Ui Air! Ayo Refer! Ui Air! Ayo Refer! Glig! Mantul! Ui Air! Glig! Ma konkurs kostet vost Tag sagen! Ui Air! Glig! Ah! Gretel U-I-R, I-U-R-F-E-R Sandwich U-I-R, I-U-R-F-E-R U-I-R-F-E-R Aber wir haben jetzt alle Karawanen. In which a wreck are you? Kid and you. Kid Gretel In which and you? In which a wreck kid? He needs to up Kid In which? Gretel In which And a wreck Are you? Der Wächter ist fast wie der Herr gestellt. Gretel I-U-R-F-E-R Sandwich Etimali So, was brauchen wir hier? 1000 Und Gretel In a Gretel In in which a wreck? Kid Greek Tayo Ayo Tayo Ayo Refer Tayo Enito Ayo Refer Kini yu aag Kind 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 Kro iatawit Greek yu aay tayo Unfair Schlauchentitan haben Der Wächter ist fast wieder aufgeladen Kind Kidd 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 E-Mito Tan-Wit Gere E-Mito A-Yo-Refer Tan-Wit Gere U-I-O-I-U-I-R Ich würde gerne hier in die Mitte Ohr reinklaschen jetzt E-Mito U-I-R In which Kate An-Wit Da-U-I-R Da-Yo Die Die der titan kommt er kommt und cool es wäre zürich die stadt alleine anzugreifen nur mit dem wächter haben wir eine chance es ist es ist es tatsächlich in es so Wir müssen uns beschäftigen, bis der voll ist. Wir machen keinen Schaden, noch 200. Ich hoffe, die Grünen tun mal hier ein bisschen rein. Der Wächter hat nun auf unsere Befehle. Kind? Zerstöre unsere Feinde! Zerstöre den Titanen des Tartaros! Zerstöre den Titanen des Tartaros!